ARD Text im Auftrag von Funk Ich fülle gerade die Anmeldung für die Meisterschaften aus. Bei Geburtsort steht hier leider nichts. Das war auf dem Boot in die Niederlande. Schreiben Sie doch, Frau Tottenham. Darf ich bitte mal Ihren Ausweis sehen? Passport. Wir brauchen Verstärkung bei der Verfolgung eines Verdächtigen. ARD Text im Auftrag von Funk Wir finden sie. So schnell wie möglich. Sie haben meine Mutter und Abi mitgenommen. Du musst mir helfen. Ich bin Amma. Und wie heißt du? Willem? Nein, das passt nicht. Wir Ureinwohner nennen sie Totemtiere. Totemtiere? Mädchen, weißt du denn gar nichts über deine Wurzeln? Ich begreife einfach nicht, warum ich weg soll. Weil du keine Niederländerin bist. Ich fühle mich wie eine Niederländerin. Und das kann dir niemand nehmen. Das ist nur die Schuld ihrer glückssuchenden Eltern. Glückssuchenden? Darf sich denn nicht jeder auf die Suche nach dem Glück machen? Oh, das ist ja! Wow! Untertitelung des ZDF, 2020